Tor in Wobbly live. Mängel komm mit. Unsere Aufgabe ist es immer noch viel Geld zu verdienen, damit wir uns ein Haus kaufen können. Lass doch die Kuh in Ruhe. Bin ich, sie bringt mich zum Job. Ne, das ist die falsche Richtung. Achso. Kommst du mit hier, komm mal mit hier. Ui, geil, das gefällt mir. Ja, warte, ich schleif dich über die Straße. Darfst du es? Alter, warum bist du so... Ich hab ein paar Kekse gegessen. Ja, das glaube ich, ein paar Kekse zu viel. Hier, soweit fahren, lass uns das, komm mal. Willst du es irgendwo parken, ey? Du, ich werd doch abgezogen. Nein, 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 ich schwör dir. Komm, pack. Hier, wir geben uns die Hand da drauf, dass niemand das Geld klaut. Okay. Mängel, weil es sieht aus, als würde ich dich einfach würgen. Ja, musst du auch. Du, warte mal, jetzt bitte. Wir hätten auch, nein, wir hätten unser Geld mitnehmen sollen. Ah, scheiße. Warte mal, wie viel Zeit haben wir? Schaffen wir, geh zurück, schaffen wir locker. Okay. Geh zurück, schaffen wir wirklich ganz locker. Ich weiß nicht, warum man so viel Zeit hat. Bitte nicht so schnell. Oh nein, jetzt tut mir leid. Jetzt weißt du, warum wir so viel Zeit haben. Schmeiß die alle wieder rein. Warum fährst du denn so schnell? Ich wusste nicht, dass das so schnell ist. Oh, wir werden immer schneller, Mängel, wir werden immer schneller. Hör auf. Ist das vielleicht wieder das Eierspiel oder das Schwanzspiel? Klaus, wir das Schwanzspiel richtig lieben. Das ist was Spiel? Das Schwanzspiel. Schwanzspiel. Da musst du einen Schwanz einfach greifen. Und behalten, ganz feste halten. Und nie mehr loslassen. Abreißen bei dem anderen. Ja. Wir müssen weiterfahren und Holz finden. Ich habe Scrap. Hier ist Holz. Oh ja. Okay, schieb es rein. Was machst du da eigentlich? Glitschen. Und du so? Ich sehe es. Oh ja. Oh, ist das schön. Übrigens, ich verhungere gerade. Ich habe noch 30 Leben und bin gleich tot. Ich habe zwei HP, fällt mir gerade auf. Oh, dann fühl mich dich beim Sterben. Okay, warte, warte, ich gehe hier hin. Bin tot. Ich kann meine Mausten nicht. Ah, das sah sehr interessant aus, muss ich sagen. Ja, guck mal. Der hat seine Beine angeschrägt. Ja, dann steppe ich auch mal eben, ne? Komm mal hier, komm mal mit eben zur Maschine. Ich möchte dir nämlich etwas zeigen. Komm her. Ja, ja, ja. Also pass auf, hier, ne? Ja. Siehst du das? Das ist das Zeichen für den Tod. Oh, Mann, uh. Äh, ah. Überlöschung, da bin ich. Was sind meine Sachen? In meinem Inventar? Hahaha. Ich zeige ohne dich los, weil du nicht so langsam bist. Wow, ist das traurig. Fett. Hat der gerade... Der hat doch was gedroppt. Ja, fett. Nee, da war noch Holz, Alter. Fett, 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 fett. Fett. Was ist eigentlich so laut? Ist irgendwie so ein... Da hinten! Da ist Gott! Oh, ist der riesig! Du hast du ja niveaus! 것을 해ip donuts! Du, du, wirst du ja ihn freshen. So, wie vor. Und das wird gariert. Glockenblatt gérer dich! Und das wird gariert. Bis zum nächsten Mal.